Ihr wunderbaren Liebesseelen, hier kommt jetzt im Anschluss etwas, was ich heute als Impuls bekam und wiederum kam dann, als ich dachte, naja, das könnte ja doch der Impuls für August 2023 sein. Ja, und genau so ist es diesmal etwas anders und ich wünsche euch Gutes hinhören, hineinfühlen und dass es euch eine gute Unterstützung ist. Ja, dann alles Liebe und bis gleich. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch wunderbaren Liebesseelen. Ja, endlich mal ein bisschen Sonne, wenn auch nicht lang, aber sie war da. Tut einfach gut, ne? Und ich möchte heute nochmal etwas zu diesen besonderen energetischen Tagen sagen. Also ich kann ja nur von mir sprechen und ich habe, ohne dass ich es wusste, diese Symptome bekommen. Also Symptome im Sinne von körperlichen Symptomen. Bei mir ist es ganz stark immer der Kopf. Es geht immer an die Stirn, nächstes Auge. Und mit ein bisschen flauen Magen. Das ist dann, weil sie, oh, es könnte ein Schwendtag sein. Und siehe da, der hat sich gestern schon einkündigt. Und was mir, das möchte ich gerne sagen, immer wieder kommt, ihr könnt ja mal hineinfühlen. Und was kommen euch für Bilder? Könnt ihr euch an einen Traum erinnern? Habt ihr etwas Besonderes im Traum gemacht? Habt ihr seit gestern Bilder, seit vorgestern, heute? Ich gebe einfach mal weiter und ich habe das gerade zu meiner lieben Gabi gesagt. Und dann führte ich, oh, das ist eigentlich etwas, was wir alle, was uns alle angeht. Und zwar sagte ich, es wird heller. Es ist heller. Und heller meinte ich jetzt nicht draußen unbedingt, sondern ich bekomme ein wunderbares Bild. Und dieses Bild betrifft die Seelen. Die Seelen, die jetzt resonieren. Das heißt, dieses Licht, was zu uns kommt. Ich sehe es nicht als Strahl, sondern ich sehe Bögen. Große Lichtbögen, die von überall herkommen und genau diese Seelen antworten. Und dadurch entsteht ein riesengroßes Feld. Und dieses Feld, spürt mal hinein. Macht es heller und macht es weiter. Und der Herzschlag, wie ist euer Herzschlag? Also ich spüre es von der Resonanz her, dass das so Wumm, Wumm, also so getragen ist. So ein tiefes Wumm, aber dennoch ein ganz, ganz helles, leuchtendes, strahlendes Licht, was in Form von Bögen, von überall kommt. Und wenn ich überall sage, dann meine ich auch überall. Also dieses Licht, diese Energie, die jetzt überall hineinkommt. Und wahrscheinlich ist es so, weil heute zwei Portaltage sind. Also Schwendtag und Portaltag. An einem Tag, dass es überall hingeht. Über uns hinaus, also über die Erde hinaus. In anderen Zivilisationen. Genau das Gleiche geschieht. Dieses Bild, dass wir hier auf der Erde sind, dass Menschen hier auf der Erde sind, sehe ich auch woanders. Menschen sind auch woanders. Auf anderen Planeten. Und da geschieht das Gleiche. Fantastisch. Und das ist das große Kollektive, was jetzt immer mehr kommt. Deswegen, alles kommt ans Licht. Und eben auch die, die nicht damit resonieren. Eben die, die sich nicht für Gott und die Liebe entschieden haben. Für die göttliche Schöpferkraft in uns. Sondern für das Andere. Für die Täuschung. Und nicht die Wahrhaftigkeit. Für das Nicht-Mittendrin, sondern für das Nebenan. Immer nur nebenan. Niemals direkt. Der freie Wille ist direkt. Ohne Umwege. Ja zu mir. Ja zu meiner Schöpferkraft. Ja. 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 Und zu niemandem anders. Und genau das kommt jetzt. Und das beschleunigt diesen Prozess ungemein. Und diese energetischen Tage geben uns die Möglichkeit, dass wir alle das in uns spüren, fühlen. Unser Herz wird dadurch berührt. Noch mehr ins Fühlen kommen. Langsam machen. Fühlen. Spüren. Dankbarkeit. Anschauen, was nicht so wirklich will. Was nicht so wirklich läuft. Ehrlich mit sich selber sein. Aussprechen, was nötig ist. Ganz wichtig. Ich bekomme in den letzten Tagen immer wieder die gleichen Bilder. Immer wieder ein Anstupsen. Komm, sag das. Schau mal hier hin. Schau mal hier hin. Schau mal hier hin. Es betrifft auch andere Menschen in meinem Leben. Und aus diesem Puzzle mache ich mir jetzt vom Herzen her mein Bild. Und dann kann ich damit ganz klar und offen erst mal in mir umgehen und dann nach außen. Was will ich nicht mehr? Was stört mich? Wo fühle ich mich verpflichtet? Und das werde ich ablegen. Sobald ich in mir die Klarheit habe. Ganz wunderbar. Und das Wetter draußen dient dazu. Das heißt, wir sind nicht abgelenkt, sondern wir sind ganz bei uns. Wir können uns auf das Sofa legen. Wir können nach draußen schauen. Wir können uns mit uns beschäftigen. Wir können meditieren. Wir können eine Kerze anmachen. Wir können dieses Ritual machen. Kerze an, reinschauen. Ja, ja, ja zu mir. Immer wieder. Ja, ja, ja zu mir. Ich benutze die Neun. Schon ganz viele Jahre. Die Neun war immer meine Zahl. Alles, was ich gemacht habe, war entweder durch Drei oder durch Neun. Also die Neun, die Vier und die Fünf. Also immer wieder Neun, Drei und Sechs. Das waren immer meine Zahlen. Und jetzt weiß ich, warum. Weil das Wissen in uns ist. Und wir alle haben das Wissen. Wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität. Wir sind aber auch Schöpfer unserer eigenen, nicht so schönen Realität. Weil wir dort unbewusst waren. Und deswegen können wir uns das anschauen. Das haben wir ja nicht absichtlich gemacht, sondern unschuldig. Ich habe keine Schuld, heißt das. Es war eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und ich kann nur von mir aus sagen, ich bin mit allen Herausforderungen im Leben gewachsen. Ohne diese Situation in meinem Leben wäre ich nicht da, wo ich bin. Und das ist jetzt genau der Punkt, der hier entsteht. In die Eigenverantwortung zu kommen, mit seinen Erkenntnissen zu wachsen und wirklich mit den anderen dort zu stehen und das zu sehen, was in der Welt wirklich los ist. Alle die, die das schon wissen, alle die von uns, die sich schon lange damit auseinandersetzen, mit dieser wahrhaftigen Seuche, was die Kinder angeht und die Unlichten. Wir müssen das nicht immer wieder sehen. Aber wir müssen verstehen, die das das erste Mal sehen. Tja, dass da Reaktionen kommen können, die heftig sind. Und dann kommt die Entscheidung. Wenn ich das sehe, wenn ich das das erste Mal sehe, das zweite Mal sehe, das dritte Mal sehe, dann kommt die Entscheidung. Sag ich, boah, nee, das gucke ich mir nicht an, das halte ich nicht aus. Oder sag ich, mein Gott, wenn ich das gewusst hätte und fange an, andere darüber aufzuklären, darüber zu sprechen, da gibt es kein Tabu. Auch innerhalb der Familien nicht, die sexuellen Übergriffe. Das war immer ein Tabu, man spricht nicht darüber. Warum spricht man nicht darüber? Weil man sich schämt, man kann doch nichts dazu. Also lernen wir die Dinge beim Namen zu nennen, lernen wir darüber zu reden. Es ist unser gutes Recht. Niemand muss schweigen. Niemand. Ja, das war jetzt nochmal sehr, sehr deutlich. Das musste jetzt einfach aus mir heraus. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir dort wirklich den Frieden finden, weil wir sind der Frieden, wir sind die Liebe, wir sind das Licht. Und dass wir diesen wundervollen Weg voller Freude weitergehen können, ehrlich sind zu uns selbst und dann eben vor allen Dingen auch zu den anderen sein können. Wie kann ich zu den anderen ehrlich sein, gewollt sein, wenn ich nicht zu mir ehrlich bin und mich gar nicht will und mich permanent hinterfrage? Aber dann kommt die Bequemlichkeit und sagt, nee, das ist mir zu anstrengend. Ich mache jetzt erstmal dies, ich mache jetzt erstmal das. Wenn ich nicht wirklich irgendetwas durchziehe, von Anfang bis zum Ende, weil ich zu bequem bin, dann brauche ich mich nicht wundern, dass in meinem Leben nichts passiert. Dass mein Leben sich nicht verändert. Ich verändere mich, verändert sich mein Leben. Und nutzt, nutzt die energetischen Tage, nutzt diese magische Zeit. Alle die, die das jetzt hören und sagen, ja, 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 wir wissen das doch, Susanne, ja, 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 ja. Ja, aber das wissen nicht alle. Dann nehmt eure Verantwortung an und geht auf die Menschen zu. Und wenn sie Fragen stellen, gebt ihnen die richtigen Antworten, bringt sie ins Fühlen, schickt ihnen wunderbare Beiträge, wo das Herz berührt wird. Es ist wichtig, der Kopf wird immer berührt, von morgens bis abends, Stunde um Stunde, Sekunde um Sekunde. Aber nicht das Herz. Damit sie ihre Frequenz des Herzens wieder wahrnehmen können. Und spüren, oh, das fühlt sich nicht gut an. Nicht nur, weil es die Masse macht, machen es alle. Ja, ich habe gerade so Gedanken, aber wir haben noch keinen Sonntag. Ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. Nein, natürlich nicht. Das war ein wundervoller Impuls, der vorhin gekommen ist durch einen Austausch und der wirklich uns alle angeht. Und gibt es weiter. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn es in euch Klick macht oder ihr sagt, ja, ich weiß, was du meinst, guck mal, dann hast du doch auch diese Wahrnehmung. Denn wir haben doch alle diese Hellfähigkeiten. Ja, aber in aller, allererster Linie, im allerersten Punkt ist die Ehrlichkeit zu uns selber. Uns ehrlich anzuschauen und zu sagen, ja, so bin ich glücklich, so will ich weitermachen. Und dann kann ich nach außen gehen. Vorher ist es einfach nur gestellt. Und in dieser Zeit, gestellte Geschichten, der Mensch, die Seele, die bei sich ist, erkennt das sofort. Und dann bist du raus. Dann bist du sofort raus. Weil dann kommt, oh, nee, will ich nicht anstrengend. Ja, weil es nicht ehrlich ist. Lieber ehrlich. Na und? Vergib es dir doch nichts. Im Gegenteil, du gewinnst Zeit. Zeit, immer Menschen hinterherzulaufen, ja, die sowieso letztendlich nicht zu deiner Schwingung passen. Und du dann versuchst, dich anzupassen. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Finde heraus, wer du wirklich bist. Finde heraus, was dich als Mensch einzigartig macht. Einzigartige Seele. Wenn wir doch ewiglich sind, dann wird es doch Zeit, dass wir es uns schön machen. Ja, und diese Entscheidung des freien Willens, ja zu mir, bedeutet eben auch öfter mal, nein zu jemand anders. Und das ist wichtig, dass wir da wieder mit umgehen können. Und das, finde ich, ist wahre Toleranz. Wahre Toleranz. Den anderen zu verstehen, wenn er sagt, du, ich möchte das nicht, weil es passt irgendwie im Moment nicht. Okay, was kann ich dazu, dass es bei ihm im Moment nicht passt? Warum muss ich das persönlich nehmen und sagen, oh, vielleicht passe ich ihm ja nicht. Ja, und da ist es so. Dann ist die Welt doch viel, viel einfacher, leichter. Und wir spüren, dass wir uns selber manipulieren. Und wir spüren, dass man uns in diese Richtung schiebt, damit ich immer wieder diese Traurigkeit habe. Ich kann die natürlich überdeckeln mit tollen Worten. Aber mein Herz, mein Herz weiß ganz genau, wie ich mich fühle. Weil mein Herz kennt den Weg. Ja, lasst das mal sagen. Vielleicht sind doch jetzt auch ein bisschen Punkte in euch angesprochen, wo ihr sagt, oh, nee. Ja, dann schau mal genauer hin. Genau. So bin ich mir auf die Schliche gekommen. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, oh, nee, ach ja und bla bla, dann habe ich gedacht, Moment. Oder wenn ich gemerkt habe, oh, das macht mich was wütend. Dann bin ich zu mir gegangen. Nicht immer sofort, aber irgendwann habe ich gemerkt, oh, okay, da ist was dran. Oh, da ist ja noch ein Punkt. Und Neid. Darf ich mir auch angucken? Natürlich. Wir sind in dieser Neidgesellschaft groß geworden. Wenn der Nachbar ein großes Auto hat, dann musste das größer sein. Beispiel jetzt nur, schlechtes Beispiel. Aber Neid auf jemanden, der Erfolg hat. Neid, das, 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 das kann ich mir eingestehen. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Aber hätte ich nicht doch oder vielleicht beides zusammen. Ja, da darf ich mal hinschauen und sagen, gut, ja. Und dann von wegen, ja, da ist der Zug abgefahren. Das sind auch so schöne Dinge. Da kann man ja keinen neuen nehmen, da muss man ja dem alten Zug hinterher gucken. Oder dem, der da gerade fährt. Was ist denn das für ein Quatsch? Bin ich auch drauf reingefallen. Oder, das finde ich auch total, habe ich auch früher eine Zeit lang gemacht. Ja, wenn es nicht ist, dann soll es ja nicht sein. Dann ist es wahrscheinlich besser so. Dann lassen wir es mal laufen. Ja, wo ist denn meine Aktivität? Wenn ich doch Schöpfer bin, dann kann ich doch sagen, sollte vielleicht so sein. Oder ich wollte es so. Macht euch das mal klar. Diese Gesellschaft, wenn etwas nicht funktioniert, aus Bequemlichkeit, dann so nach dem Motto, naja, sollte wohl nicht so sein. Ja, was heißt denn sollte? Sollte es jetzt oder sollte es nicht? Wenn ich Schöpfer bin, dann habe ich das doch in der Hand. Dann kann ich doch mein Popo bewegen und sagen, hey, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und dann gehe ich in mein stilles Kämmerlein, verbinde mich, bin ja immer verbunden, ja, die Anbindung ist immer da. So, und dann gehe ich in die spirituelle Anbindung, wie immer ihr das macht. Erde, Baum, Wald, egal. So, und dann weiß ich, wollte ich das oder wollte ich das nicht, ganz oder gar nicht. Ja, das sind alles so ganz kleine, subtile Programme, die da laufen, die wir so gar nicht merken. Na ja, dann sollte es nicht sein. Hm, klar. Ist ja bequem, muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Aber in dieser Zeit kommt es immer und immer und immer wieder auf den Teller. Weil hier ist nichts zum Schieben. Hier geht es darum, wie gehe ich in die neue Welt? Will ich das mitnehmen? Keine Chance. In der neuen Welt gibt es das nicht. Da ist ein Sein, da ist ein Frieden, da ist ein Miteinander, ein offenes Miteinander. Getragen sein. Mitgefühl. Ehrlich. Wahrhaftig. Wenn ich wahrhaftig bin, dann kann ich nicht sagen, oh, sollte wohl nicht so sein, oder? Weil dann bin ich ja nicht wahrhaftig. Ich könnte, ich könnte weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Und ich würde mich freuen, wenn euch die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, ein bisschen ansprechen, wenn sie euch ein bisschen berühren. Ja, egal wie, ob wütend, freudig, lachen, traurig, Hauptsache Berührung. Und dann schaut er mal hin, denn nur so kommen wir weiter. Und dann kann man wieder die Seele streicheln und sagen, hm, ja, wurde ja auch Zeit. Ach, fühlt sich das gut an. Ich habe mich doch ganz doll lieb. Ich bin doch für mich der wichtigste Mensch. Ach, ich kümmere mich doch ganz, ganz liebevoll um mich. Ja, ich bin wundervoll und ich bin einzigartig. Und jetzt kann ich mal gucken, hm, was ich da verändern kann. Wie ich mich verändern kann, wie ich wachsen kann, damit das Nächste in mein Leben kommen kann. Ist doch spannend. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Freitag. Alles Liebe in der lichtvollen Welt. Willkommen und wir hören uns. Alles Liebe, die Susanne. Ja, ihr wundervollen Liebesseelen. Das war jetzt wirklich mal ein ganz anderer Impuls. Und ich glaube, es war jetzt ganz wichtig, das Thema Aufräumen, das Thema Klären, Klarheit. Wir hatten ja auch vor kurzem den Engel der Klarheit. Und alles geht in diese Richtung. Aufzuräumen, hinzuschauen. In Liebe. Alles in Liebe. Ich wünsche mir, dass ich euch berühren konnte. Dass ihr wirklich auch in euch entdeckt, was in euch steckt. Das reimt sich sogar. Und ja, dass wir jetzt den August nutzen, wirklich die Wärme in unser Herz zu lassen. Denn die Wärme wird zurückkommen. Wir haben Sommer. Und die Freude und die Dankbarkeit, dass wir hier diesen Wandel mitgestalten dürfen. Und natürlich in Form von Selbsterkenntnis. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen einen wunderbaren Sommer, einen wunderbaren August. Ja, jetzt regnet es wieder. Und auch das zeigt sich. Die Reinigung, die Transformation. Es ist Unterstützung. So dürfen wir das auch mal sehen. Na? Schön. Wenn es warm ist und es regnet, dann kommen auch so Kindheitserinnerungen. Ich wünsche uns allen und euch vor allen Dingen eine wunderbare Zeit und sage alles Liebe in der lichtvollen Welt. Eure Susanne. Und jetzt lauschen wir noch ein bisschen dem Regen. Und dann... Das ist schmerz Ja. Das ist hier. Und dann geht es hier. Und dann geht es hier mal wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020